Okay, da bin ich wieder. Und wir spielen mit den ganzen coolen Leuten da, sofern ich nicht einfach disconnected werde. Das kann natürlich auch passieren. Aber stell euch das mal vor, so eine richtig volle Bude hier, das ist genau das, worauf ich Bock hab. Na, kommt da noch einer? Ja, wunderbar, noch einer da. So, dann mach mal... Ich wäre eigentlich für meine eigene Strecke, glaub ich. Yes, und es kommt meine... Nicht mal der Typ neben mir, der die gleiche gewählt hat, sondern ich. Ich höchstpersönlich und kein anderer. So, mein Kram wird gespielt. Spiegel, ah fuck, wir spielen wieder Spiegel. Okay, dann will ich irgendwie doch nicht mehr. Spiegel ist voll doof, man. Okay, zwei, eins und go. Okay. Letztes Mal, als die Strecke jetzt kam, wurde ich hier leider disconnected. Ich hoffe, das passiert uns diesmal nicht mehr. Nicht mal, nicht mehr. Okay, ich nehme diese sexy Abkürzung. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt. Ja, das hat wirklich nicht so geklappt, weil hier wollt ihr schon zum Beispiel gar nicht mehr hin. Ah. Okay, ich warte jetzt mal Party, alter. Gegen den Typen hab ich was persönlich. Da direkt noch einer. Und dann spiegel ich mal den hier noch. Okay. Oh, perfekt. Ich war an der Luft, als das Pau-Ding kam. Als ob der da rein... Ich esse echt in die Banane rein. Die sah aus, als wäre der voll mit Absicht da rein. Gut, komm, jetzt das super Mega-Item bitte. Nämlich einen Stern. Okay, einen Stern, damit kann man leben. Wow. Der Typ hat einfach auch einen Stern. Und hat mich gerammt. Und der hinter mir hat auch einen Stern. Boom, schade. Okay, das ist jetzt nicht so toll, aber der erste kriegt dafür eins auf die Schnauze. Das sind alles Fake-Items, das sind ja richtig viele. Wow. Oh man, ich hab grad irgendwas cooles, glaub ich, bekommen. Jetzt hab ich irgendwie nix. Gut. Das Problem ist, ich bin Achter. Achter ist ein sehr schlechter Platz. Und jetzt gleich bin ich schon Neunter. Okay, dann wieder Achter, weil einer wieder ausgeschlagen wurde. Was? Okay, der Typ hat sich einfach vor mich gebeamt. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das ergibt auch so viel Sinn. Ah, toll. Die Pilze verliere ich jetzt. Nein, genau hinter mir sind die Items noch gerade gespawnt. Ich hab nichts abgekommt. Boah, es ist hier so ein Mosch-Rennen. Komm schon, wenn irgendwie alle weggemoscht werden. Boah, der... Wie hieß der Typ? Mann, wieso hat immer er in einem Blitz, sobald ich ein Item nehme? Das ist doch kein Zufall, oder? Gut. Sechster. Der eine bleibt einfach stehen. Dann bin ich halt Fünfter. Und dann wieder Sechster. Und dann Achter. Okay, komm. Ein letztes Item. Okay, das könnte helfen. Komm schon, komm schon. Achter, neun. Da, bam. Sechster. Das ist trotzdem scheiße. Na, was soll's. Oha. Ja, das ist meine Klingel. Oh gut. Das war meine Klingel. Die ist jetzt einfach... Oh fuck. Siebter? Bin ich Siebter geworden? Na ja. Minus 29. Gut. Lasst euch nicht von meiner Klingel irritieren. So. Ey, Mann. Ich hab kein einziges Rennen, glaube ich, gewonnen, seitdem ich wieder eine Aufnahmesession gemacht hab. Die letzte Aufnahmesession wahrscheinlich. Ähm, aber was soll's. Wir verzocken gerade meine Punkte aufs Übelste. Ne, warte. Die nehm ich jetzt nicht nochmal. Ich nehm die da drüber. Geistertal. Die ist kurz. Die ist lustig. Die macht Spaß. Oh fuck. Ey, wieso weht der nochmal Marius Rennpüssel? Du bist voll der Penner, Mann. Gut, ich hatte schon Angst, dass ihr kommt. Alles klar. DK's Dschungelpark. Soll unser zweiter Ausflug sein. Und es ist nicht mehr spiegelverkehrt. Das freut mich. Alles klar. Ich bin froh, dass wir eine volle Bude haben gerade. Das ist echt nicht selbstverständlich. Oh Mann. Es wird euch mal auffallen, dass ich irgendwie in den ganzen Strecken nicht einmal oder kaum einmal irgendwie ein Item habe, was ich auch einsetzen kann. Sobald ich irgendwie mal an dieses Ding komme, an diesen Fragezeichenbox, werde ich irgendwie geslammt oder ein Blitz kommt. Meistens kommt ein Blitz. Und dann hat man irgendwie gar nichts. Und Party ist sowieso mein persönlicher Feind. Weil der ist voll auf mich abgesehen hat, glaube ich. Oh fuck, die Bombe. Und der Blitz. Okay. Man darf auch diesen roten Panzer, der nicht wirklich viel Bedeutung hat, darf man trotzdem nicht einsetzen. Na dann. Ein Stern. Gut, setzen wir ein. Hey Leute. Boah, den kann ich doch trotzdem wegkrammen, oder? Fuck. Egal, ich hau mich einfach da hoch. Autsch. Okay, zum Glück hab ich hier drei Pilze, weil ich mich nur in Schwierigkeiten begebe hier. Gut. Was krieg ich? Das Ding? Ey, nein, bin ich blöd. Gut. Ich hab noch meinen roten Panzer für alle Fälle. Was? Der ist am... Warte mal. Der ist an mir vorbei und meiner ist weg. Wo ist mein roter Panzer? Ich hab keine Ahnung. Was soll's? Gut. Oh, nö. Ja, vorbei. Ich erwisch eh keinen damit. So, ich krieg ein Item und das Item ist weg. Seht ihr? Das ist so gescriptet alles. So, jetzt kommen die mich nur alle schön überholen. Oh, fuck. Der hat mich von der Bahn gedrängt. Wie bin ich da hochgekommen? Ja, haha. Das Ding ist jetzt gekommen, bevor ich das Item eingesammelt hab. Ihr Penne. Okay, dann würde ich sagen, hau ich mich direkt mal hier das Ding hoch. Boom. An die Decke. Und dann noch einer. Muss ich nur auf den... Mit dem Stern da aufpassen. Ja, das ist, glaub ich, ne ganz nette Sache. Vor allem, wenn diese Kurve jetzt hier kommt. Oh, fuck. Okay, ich bin irgendwie zu fett für dieses Ding. Alles klar. Warte, wieso sind die... Warum waren die grad platt vor mir? Wie ist denn das wieder zustande gekommen? Dieses ganze Ding. Alter, dieses Online-Modus-Spiel hat sofort seine komischen Eigenregel. Irgendwie sind auch gerade... Oh nein. Was? Okay, ist das weg. Seht ihr? Noch so ein komisches Ding. Die Bananen, die spielen auch voll verrückt. Party ist auch irgendwie wieder mit am Werk. Okay. Jetzt geht's wirklich um alles. Ich kann... Ich seh schon wieder, wie ich jetzt am Ende alles abbekomme. Okay. Ich weiß schon mal, weil ich es nicht abbekomme, nicht ein Item. Okay, ne Explosion. Sehr gut. Nein! Ich wurde von diesem Ding erwischt. Okay, warte. Ich nehm mir einfach den Pilz, der liegt. Damit gaune ich mich so ein bisschen da hoch. Nein, nicht wirklich. Siebter. Ah, Siebter ist aber auch beschissen, Mann. Ich schaff's echt nicht, auf einen guten Platz zu kommen. Am Ende werde ich von irgendwelchen Sachen erwischt. Krieg keine Items. Sowieso. Minus 32. Oh, fuck. Boah. Aber guck mich mal Platz 10 an. Der hat richtig verloren. Das ist übel. Na gut. 10 Leute im nächsten Rennen. Alles klar. Auf jeden Fall hat man immer noch seinen Spaß. Ich werde vermissen, das Spiel zu spielen, glaube ich. Auch wenn es die anderen Market Cards gibt, glaube ich. Ich meine, das Spiel habe ich 2008 gekauft. Das kam mir 2008 raus auch. Nur wenige Tage nach dem Release. Weil es war am Anfang ausverkauft. Ich durfte es nicht haben. Das war furchtbar. So, hab dann auch schnell, relativ schnell angefangen online zu spielen. Das heißt, so, jetzt haben wir 2014. Schon sogar nach April. Also schon über sechs Jahre her einfach. Wie die Zeit einfach mal vergeht. Das ist echt krass. Ähm, sechs Jahre. Market Cards Wii. Glaube ich nicht immer am Stück gezockt. Geistertal. Meine Strecke kommt. Jawohl. Aber, Mann. Keine Ahnung. Man trennt sich eigentlich. Klar, ich besitze das Spiel noch und kann es noch spielen. Aber irgendwie geht trotzdem ein Teil des Spiels verloren. Finde ich. Es ist einfach nicht mehr da. Voll schade. Naja, wir haben das Spiel ja noch so mit Freunden zu spielen. Und diese ganzen Custom-Strecken habe ich ja auch noch. Also, das bleibt uns erhalten. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird der Online-Modus ja irgendwie durch die Fans weiter am Leben erhalten. Das wäre auf jeden Fall eine fantastische Sache. So, jetzt habe ich kein Item, um mich zu schützen. Aber ich glaube, ich komme schon klar. Gut, gehen wir einfach mal hier lang. Die sexy Abkürzung. So, ich bin auf Platz 1. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ich finde persönlich, die Strecke hier liegt mir ziemlich gut eigentlich. Ach, seht ihr? Aber dann kommt der Blitz und dann kommt das Ding in hier. Und jetzt kommen die anderen Fahrer. Pass mal auf. Ach, scheiße. Und dann kommt das hier noch. Aber ich bin immer noch erster geblieben, Mann. Äh, online. Von einem Blitz getroffen und von diesem Ding. Aber jetzt kommt leider der japanische Super-Pro. Oh, und der Prod sich da irgendwo weg. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ist der runtergefallen? Ich weiß es gar nicht. Der japanische Super-Prod hat mich einfach überholt. Ups, jetzt habe ich keinen Stuntsprung gemacht. Oh, Baby Mario. Der war dicht hinter mir. Harold SS. Gut. Ey, Mann. Ich bin erster geworden. Was ist los? Endlich ist mir mal was Gutes passiert. Die Strecke liegt mir nämlich wirklich irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich kann die... Ich finde die simpel zu fahren. Alles klar. Jetzt sind die anderen auch im Ziel. Oha, 135 Punkte. Damit hätte ich einiges wieder gut gemacht. Und 10 Leute im nächsten Rennen. Das letzte Rennen für die Episode. Sofern nichts abschmiert oder so. Das werden wir sehen. So. Nein. Die Verbindung wurde getrennt. Ach, scheiße. Jetzt muss ich noch für ein Rennen. Das ist ein Riesenaufwand, ne? Ich könnte euch gerne mal auch das zeigen, wie ich das mache. Aber das wollt ihr nicht. Das dauert sehr lange. Glaubt mir mal. Egal. Ich gehe schon mal auf global. Guckt ihr. Hier kann ich nochmal zeigen. Ich weiß gar nicht. Ich habe das immer erwähnt. Dass ich Online-Wettkämpfe nie gemacht habe. Ich mache auch die 5000 Punkte. Von Anfang an. Und hier habe ich meine 6, 5. Na gut. Dann mache ich den Cut. Und wir sehen uns. Sobald ich hoffentlich einen neuen Wander gefunden habe. Bis dann. Gut. Da sind wir mal endlich wieder. Boah. Ungelogen. Das hat bestimmt locker eine Viertelstunde gebraucht. Bis ich irgendwie geschafft habe, da wieder ein paar Leute zu finden. Ich muss jetzt nur gucken, welche Strecke ich gerade spielen möchte. Ich würde sagen, Piazza Delfino. Und die ist cool. So. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Disconnecten ist echt immer eine Frustsache für sich. Vor allem wird eine riesen Schneiderarbeit am Ende. Ich meine, erstmal, das sind mehrere Folgen am Stück. Wo ich auseinanderschnibbeln. Und dann halt immer diese ganzen Breaks da zwischendurch. Muss ich auch nochmal rausschneiden. Und dann alles zusammenschneiden. Damit es eine einzige hübsche, perfekte Folge immer wird. Gut. Auf jeden Fall. Warte. Ist meine gekommen? Oder war es jemand anderes, der die aufgewählt hat? Ich habe gerade gar nicht mal aufgepasst. Aber cool. Freue ich mich drauf. Ich meine, ich will eine Strecke außen. Die wird dann gespielt. Ich meine, daran kann man sich echt gewöhnen. Alles klar. Also letzte Strecke für die Folge. Buschka. Okay. Ey Mann. Boah, wie hat der das gemacht? Wie hat der das gemacht, dass er mich weggedrängt hat, dass ich kein Item bekomme, ey. Das gibt es noch nicht. Okay, jetzt rasten alle aus mit ihren Funky Kongs. Funky Kong, der nicht in Mario Kart 8 drin ist. Und Luigi, der nicht in Mario Kart 7 drin ist. Voll schlecht. Aber ich glaube, darüber habe ich mich auch schon oft ausgelassen. Nein. Nie. Ich darf nie ein Item besitzen. Aber es ist so schlecht. Okay. Einer ist irgendwie auch hinter mir. Aber der fährt irgendwie. Ja doch, der fährt. Gut. Ich dachte, irgendwie keine Lust. Der hat zum Beispiel auch keine Lust. Der bleibt einfach unten dran stehen. Wieso? Hat der extra gewartet? Okay. Siebter bin ich jetzt auf einmal. Ich würde am Markt besser sein, indem ich einfach nur geradeaus fahre. Na, das ist eine Überraschung für den Ersten. Boah, im Mario Kart 8 kann man das ja auch abwehren, ne? Was war denn da? Dies eine Item? Oder gab es sogar zwei Items, mit denen man das abwehren kann? Ich würde schon gar nicht. Wieso bleibt der alle stehen? Da ist so ein Huschker gewesen. Okay. Naja, Online-Regeln, ne? Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es am Spiel selber liegt. Ich glaube, ein bisschen eher ist die im Spiel selbst. Aber ich hoffe, dass 8. Mario Kart wird nicht so komisch. Ich weiß nicht. Meine Mario Kart Wii war auch nicht immer so komisch wie hier. Mit den ganzen anderen Leuten bleiben mitten und stehen. Dann ist der wieder vor mir, obwohl er gerade hinter mir war. Ich weiß auch nicht. Irgendwie macht das alles vorne und hinten keinen Sinn. So. Ich hoffe einfach ein bisschen auf Stabilität. Ey, klau mir jetzt kein Item. Dankeschön. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir wollen mich jetzt fertig machen. Das heißt, ich aktiviere jetzt mein Ding einfach. Und fahre in die Flucht. Fahr auf Luft. Wie bin ich jetzt zum Beispiel Vierter geworden? Oder wie bin ich erst mal Dritter geworden? Und so bleibt der wieder stehen. Das sind alles Fragen, die ich mir immer stelle. Vor allem erst mal wieder Vierter. Oh, er ist wieder vor mir. Hey, komm schon. Das liegt doch nicht an mir. Das muss doch der Typ sein, oder? Der so am Fuschen ist wieder mit seinem komischen Cheat-Programm. Ich habe nämlich keine Ahnung. Der cheatet sich einfach mal vor mir. Das ist voll doof irgendwie. Ich weiß gar nicht. Glaube ich zumindest. Können natürlich auch aufgrund des schlechten Internet sein. Und damit ist es hier zu Ende. Ich würde sagen, da es fast eine ganze Strecke war, zählen wir die auch einfach mal das Ganze und beenden die Folge hier. Also zum Abschluss kann ich sagen, viel Verwirrung, ganz komisch. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Oh Gott. Es macht schon jetzt keinen Spaß mehr. Aber ich will unbedingt noch ein paar Folgen aufnehmen. Ich habe jetzt zwei hinter mir. Vielleicht mache ich noch eine oder zwei. Mal gucken zum großen Abschluss. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns.